Neues Lernen. Der Podcast. Corporate Learning. Weitergedacht. Mit Christina Enderle, Da-Silva und Julia Senner. Sie wollen frischen Wind in Sachen Softwareanbieter? Auf softwarevergleich.de können Sie schnell und einfach führende HR-Softwareanbieter miteinander vergleichen. Mit unserem brandneuen Softwarevergleich Newsletter erhalten Sie exklusive Updates direkt in Ihr Postfach. Jetzt anmelden unter softwarevergleich.de slash Newsletter. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Podcast Neues Lernen. Ja, Julia und ich stehen hier wie immer ganz analog in unserem Podcast-Studio. Das betonen wir heute so, weil ich erst neulich gelesen habe, es wird ja viel mit KI experimentiert. Und der Spiegel zum Beispiel experimentiert auch gerade damit, zumindest Eilnachrichten oder Kurznachrichten in einem Podcast zusammenfassen zu lassen. Und dann steht da eben kein Mensch und liest die vor, sondern die KI spricht die auch ein. Ich finde das super spannend, dass ich das gelesen habe, aber ich bin schon ganz froh, dass wir beide hier noch so analog sind und uns auch gegenseitig sehen. Da kann man schon, finde ich, viel ablesen. Aber klar, wir müssen uns auch damit befassen, welche Potenziale auch die künstliche Intelligenz mit sich bringt, wo man sie gut einsetzen kann und wo vielleicht auch nicht. Und das geht natürlich nicht nur um Podcasts. Ganz klar, heute werden wir natürlich darüber sprechen, wie insgesamt Unternehmen denn ihre Mitarbeitenden weiterbilden können, sodass sie auch künstliche Intelligenz anwenden können. Und da haben wir aus der Praxis jemanden dabei, nämlich? Genau, wir haben mit Stefanie Babka gesprochen. Sie ist Global Head of Data Culture bei Merck. Ich habe mir so im Kopf ein Gedankenmodell gemacht. Das heißt, we need to win the head, the heart, the heart. Sage ich immer, wir müssen den Kopf gewinnen, die Herzen und die Herde. So versuchen wir eben auch, ich nenne es den Data Culture Battle Plan aufzubauen. Das heißt, wir haben Trainings, die jeder machen kann. Das heißt, wenn man zu seinem Vorgesetzten geht, idealerweise weiß der auch, wo diese Trainings zur Verfügung stehen. Also wir haben ein internes Trainingstool, wo man das finden würde. Das heißt, das ist auf der einen Seite die Trainings. Wir haben aber auch sehr viele Sachen, um die Herzen zu gewinnen, dass die Leute auch den Mehrwert für sich erkennen, dass man halt so ein bisschen auch spielerisch und auf eine vielleicht ganz andere Art und Weise das erkennt. Und unser zweiter Gesprächspartner heute ist Martin Kersting, Professor für psychologische Diagnostik an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Er hat für uns das Ganze aus wissenschaftlicher Sicht auch nochmal eingeordnet. Wir haben einerseits auf Seiten der Person so ein grundsätzliches Erleben und Verhalten gegenüber anstehenden Veränderungen. In der Psychologie sprechen wir da von dispositionalen Veränderungsbereitschaft. Es geht also nicht um das Commitment gegenüber einer ganz konkreten Technologie im Einzelfall, sondern um die Tendenz in verschiedenen Situationen hinweg auf Veränderungen zu reagieren. Und auf der anderen Seite haben wir die Situation, das sind die Kontextfaktoren. Und da ist schlicht und einfach die Frage, wenn das, wo die Veränderung ansteht, wenn die Mitarbeitenden den Eindruck haben, das ist schlechter oder zumindest nicht besser als das, was wir vorher hatten, dann ist das ja nicht ein Problem der Person, sondern auch der Situation. Und hier, glaube ich, muss die Organisation ansetzen und das als ein ganz normales Veränderungsprojekt betrachten. So, und dann würde ich sagen, wir können jetzt ganz analog in unser Gespräch einsteigen. Also nicht ganz analog, die beiden sind natürlich zugeschaltet, aber wir beide stehen hier und leiten jetzt ganz charmant ins Gespräch über. Genau, ab ins Gespräch. Ein ganz herzliches Willkommen heute in unserem Podcast Neues Lernen. Wir sind remote zugeschaltet und haben zwei Gäste hier auf unserem Bildschirm. Einmal Stefanie Babka und noch Martin Kersting. Hallo an euch erst mal. Hallo. Hallo. Ja, schön, dass ihr euch heute zugeschaltet habt. Wir haben ein Thema, das derzeit viele, viele Menschen beschäftigt. Wir waren zuletzt auch auf der Messe LearnTech und da schrie einförmlich das Thema künstliche Intelligenz an. Und dann haben wir uns gedacht, wir machen mal einen Podcast mit zwei Gästen aus einmal einem Unternehmen und einmal aus der Wissenschaft und gleichen mal so ein bisschen ab, wie da so der Stand der Dinge ist von KI in der Weiterbildung. Deswegen steigen wir doch erst mal so ganz allgemein ein. Martin, das Thema KI prägt derzeit unsere Arbeitswelt, transformiert sie. Darüber müssen wir im Prinzip auch gar nicht lange diskutieren. Das ist so. Worin siehst du aber denn so die größten Veränderungspotenziale durch KI in der Arbeitswelt? Also ich denke wirklich, die Veränderungen spielen sich auf so vielen Ebenen ab, dass man einen Schwerpunkt bilden muss oder ich einen Schwerpunkt bilden möchte. Und als Personalpsychologe konzentriere ich mich auf den Menschen. Wir können langfristig hoffentlich weniger repetitive und administrative Routinearbeiten leisten. Und wir müssen vermehrt mit digitaler Technik arbeiten und wir werden mehr im virtuellen Raum agieren und zusammenarbeiten. Und ich glaube, die Personalarbeit wird individueller, maßgeschneiderter. Aber siehst du es denn wirklich als Transformation oder nur so als eine Weiterentwicklung in der Arbeitswelt? Ich denke schon, dass es in Richtung Transformation und Disruption gibt, weil doch sehr vieles sich grundlegend ändern wird. Und Stefanie, wie siehst du das denn? Inwiefern transformiert denn die künstliche Intelligenz auch die Arbeitswelt bei euch im Unternehmen bei Merck? Also ich würde auch auf jeden Fall es so einschätzen, dass es eine große Veränderung ist, fast schon ein Paradigmenwechsel. Ich hatte neulich eine Studie von PwC gelesen, wo 70 Prozent von den CEOs, die da befragt wurden, gesagt haben, dass sie davon ausgehen, dass die Art, wie Unternehmen in Zukunft wertschöpfen, sich dadurch verändern wird. Das heißt, wir reden hier nicht nur über persönliche, über einen Wandel, der sehr, sehr viel größer ist, glaube ich. Und was wir bei uns bei Merck sehen, ist, dass wir so zwei Stränge beobachten. Auf der einen Seite, was ich Everyday AI nenne, alles, was so für die persönliche Produktivität der Mitarbeiter relevant ist. Gen AI im Arbeitsalltag, würde ich jetzt mal sagen. Und auf der anderen Seite tatsächlich auch erste Ansätze von Game-Changing AI, also wirklich veränderndem AI, was wirklich unsere komplette Art, wie wir zum Beispiel Forschung und Entwicklung denken, verändert oder wie wir Kunden ansprechen oder wie wir unsere Lieferketten planen oder unsere Qualität sichern, wo wir tatsächlich ganz neue Herangehensweisen an unsere ganze Arbeit im Unternehmen haben. Und wir haben ja jetzt eben dieses Riesenthema KI, das wir aber so ein bisschen fokussieren wollen, auch darauf, nicht nur wie KI die Weiterbildung an sich verändert, sondern eher auch, wie Sie eben vor allem bei Merck und dann gespiegelt durch die Wissenschaft, Mitarbeitende für KI weiterbilden. Können Sie uns da mal ein bisschen reinholen? Das ist ja Ihr Bereich. Was gehört da alles dazu? Also Mitarbeiter mitzunehmen bedeutet für mich vor allem, sie mit den Technologien in Kontakt zu bringen. Also wir haben eine interne Version von ChatGPT, die wir sehr früh schon auch an unsere Mitarbeiter zur Verfügung gestellt haben. Wir haben jetzt schon ein Jahr damit gearbeitet. Ich sage immer, man kann nicht lernen zu schwimmen, wenn man nicht unten ins Wasser springt. Und ich glaube tatsächlich, dass das bei KI genauso ist. Man kann nicht lernen, mit den Technologien umzugehen, wenn man nicht wirklich damit mal arbeitet. Und deswegen haben wir das als ersten Schritt gemacht, dass wir die Leute dort in die Lage gesetzt haben, damit mal zu arbeiten. Und der erste Schritt war persönliche Produktivität. Und wir sind jetzt nach einem Jahr nochmal einen Schritt weitergegangen und haben gesagt, wir gehen jetzt von dem Ich-Arbeite-mit-KI weiter zu Wir-Arbeiten-mit-KI und haben daraus eine Kollaborationsplattform gemacht, sodass die Mitarbeiter nicht nur selber damit arbeiten können, sondern auch ihre Ergebnisse teilen können, ihre Prompt teilen können, gemeinsam Dokumente hochladen können, eigene Chatbots erstellen und da eben gemeinsam zu einer allgemeinen Effizienz kommen können. Und wenn du eben sagst, ihr habt es einfach mal angefangen auszuprobieren, dass die Mitarbeitenden testen können, wie das so funktioniert mit KI. Welche Mitarbeitenden sind denn davon betroffen? Alle im Unternehmen oder in welchen Bereichen wird denn KI eingesetzt? Und eben welche Mitarbeitenden müssen dann auch geschult werden? Also wir haben diese Gen-AI-Upskilling-Aktivitäten, von denen ich eben sprach, die sind tatsächlich übergreifend für alle Mitarbeiter zur Verfügung. Bedeutet nicht, dass alle das machen müssen. Also wir haben da keinen Zwang, aber das stellen wir denen zur Verfügung, dass sie damit arbeiten können. Aber natürlich haben wir auch spezifische Anwendungen, die vielleicht für bestimmte Teile des Unternehmens relevanter sind, die wir dann auch schulen, wo es dann um bestimmte Geschäftszwecke geht, wie zum Beispiel um Materialeigenschaften, die man mit KI besser für die Forschung nutzen kann oder solche Dinge. Also es gibt unterschiedliche Trainingsniveaus, die wir auch haben. Also es ist das Einsteigertraining, das vielleicht so sehr allgemein ist. Dann gibt es eben auch ein Training für unser gesamtes Technologie-Stack, das wir haben. Wir nennen es Data and Analytics Ecosystem, bis hin dann zu sehr langen Trainingseinheiten, wo man dann am Ende als Citizen Data Scientist, nennen wir das, rauskommt und dann selber auch eigene KI-Anwendungen im Unternehmen machen kann. Oh, wir haben hier gerade in unserem digitalen Podcast ein sehr analoges Erlebnis, in dem unsere Producerin hier reinkommt. Das muss man den HörerInnen ausschildern und ein Geburtstagsständchen singt, weil Julia heute Geburtstag hat. Oh, ich sehe hier, da machen wir unsere Podcast-Gäste leider ein bisschen neidisch. Hier gibt es Plätzchen, Schokolade und Wunderkerzen. Also genau die richtige Stelle erwischt. Wir sprechen darüber, wie man in günstlicher Intelligenz schult und sind hier völlig analog unterwegs. Eine nette Überraschung. Aber dann erstmal auch herzlichen Glückwunsch von uns, die Gäste da gar nicht. Wir dachten, wir sind zum Podcast eingeladen, zum Geburtstagsparty. Also wir können dann im Anschluss, glaube ich, na gut, wir können jetzt leider die Plätze hier nicht teilen. Cookies gibt es doch ganz viel im digitalen Raum. Ja, aber du hast doch vorhin gesagt, die hast du abgelehnt. Die liegen hier unten drin. Wir steckten mitten in den Schulungen für KI bei Merck. Genau, die Steffi war im Zug. Also ich hatte gerade davon berichtet, dass wir auch sehr spezifische Schulungen haben, die dann am Ende in einem Citizen Data Scientist gipfeln, wo man dann tatsächlich eigene KI-Anwendungen innerhalb von Merck entwickeln kann auf unserer Technologie-Basis, die wir da zur Verfügung stehen haben. Heißt das, ihr verfolgt da zwei Wege? Ja, einerseits werft ihr sozusagen die Mitarbeitenden ein Stück weit ins kalte Wasser, indem sie einfach eben die GINA-AI mal ausprobieren können. Und andererseits habt ihr aber auch ein umfassendes Schulungsprogramm auch. Ja, und das Schulungsprogramm, das gliedert sich auch in zwei Richtungen. Auf der einen Seite haben wir was, das nenne ich Curiosity-Sparked-Learning. Das ist so ein Learning Hub, wo man alles finden kann zum Thema KI und in so einem neugierigen Moment einfach mal so ein bisschen stöbern kann. Und das zweite ist eher so ein Lernpfad-Erlebnis, wo man dann von einer Schulung zur nächsten in so einem strukturierten Erlebnis sozusagen weitergereicht wird. Da fängt man an mit einem kurzen Training, wo man unsere Strategie und das unser Data & Analytics Ecosystem erklärt bekommt. Und dann geht's weiter, wo man Grundlagen zu Data & Analytics lernt in einer Woche, wo man dann, wir sagen immer, kommt man dann als Homo-Digitales raus aus der Woche. Und danach würde man dann ein Projekt sich überlegen und dann würde man tatsächlich an einem echten Projekt ersten Analysen fahren, lernen, wie man mit Daten umgeht, wie man Daten aufbereitet und so weiter und so fort. Und hat dann am Ende einen Analyst als Abschluss, also einen internen Analyst und am Ende wäre es dann der Citizen Data Scientist. Und da hat man halt, also den Vorteil, den wir darin sehen, ist, dass man bei uns nicht irgendwie eine Technologie lernt, sondern man lernt anhand eigener Daten, echter Daten und einem eigenen Projekt innerhalb des Unternehmens, sodass man dann, wenn man am Ende, am Freitag fertig ist mit dem Training, am Montag tatsächlich loslegen kann und einfach seine Arbeitsweise komplett ändern kann und damit arbeiten kann. Ich wollte da nochmal nachhaken, weil du vorher meintest, das ist eben auf freiwilliger Basis, also ist alles davon auf freiwilliger Basis? Oder gibt es schon auch Bereiche, in denen ihr sagt, nee, ihr müsst euch jetzt sozusagen für die Zukunft fit machen, weil ihr dafür die KI braucht und ihr müsst euch dafür auch weiterbilden? Unsere Trainings sind komplett freiwillig. Es gibt einige Sachen, die nicht aus meiner eigenen Abteilung kommen, die aber ins Datenkulturthema rein spielen, die wir auch verpflichtend machen. Da geht es vor allem um das Thema Data Privacy und um das Thema Digital Ethics. Da haben wir Schulungen, kurze Schulungen, die wir tatsächlich auch als mandatory machen. Aber das ist was, was wir jetzt sozusagen in unserem KI-Umfeld nicht gemacht haben. Martin, du bist ja auch im HR-Ethike-Beirat. Wenn ich gerade höre, es gibt auch ja immer auszuloten bei der KI, wo sind da ein Stück weit ethische Grenzen? Was hältst du denn für im Moment am wichtigsten, jetzt die Mitarbeitenden erstmal abzuholen und ihnen zu zeigen, was genau ist denn KI jetzt fachlich, technologisch? Oder auch direkt zu sagen, man muss ihnen auch eine Art Leitfaden an die Hand geben, inwiefern da ethische Grenzen einzuhalten sind? Oder ist es insgesamt vielleicht auch eher dieses Mindset, dass man hin zur Offenheit gegenüber KI ein Stück weit schulen sollte, die Mitarbeitenden da hinbringen sollte? Also was ist, denkst du, ist da gerade am wichtigsten als ersten Schritt? Also ich glaube, dass man das eine tun sollte und das andere nicht lassen. Es ist beides. Ich fand das jetzt auch total spannend, was die Steffi sagte. Ich glaube, da sind total wichtige Elemente drin gewesen, dass das eingebunden wird in den Arbeitsalltag. Auch, dass es einen Abschluss gibt, dass es dann Anerkennung kriegt. Ich glaube, die Leute müssen schon, das ist die Voraussetzung, dass ich irgendeinen Sinn da drin sehe. Und von daher kann ich das nicht nur fremd aufsetzen. Und gute Personalentwicklung startet nach wie vor auch jetzt zu KI-Zeiten mit einer Bedarfsanalyse und nicht mit wildem Aktionismus. Und digitale Kompetenz ist nun mal ein total abstrakter Begriff. Und auch da ist die ganz alte, solide Arbeit, dass ich erstmal operationalisieren müsste. Ich muss entscheiden, welche Fähigkeiten ganz konkret in welchem Ausprägungsgrad vorhanden sein muss, in welchen Bereichen Kompetenzen unabdingbar sind und in welchen es ausreicht, dass jemand die Potenziale mitbringt und die Kompetenzen vielleicht noch selber erwerben kann. Und da finde ich übrigens den EU-Referenzrahmen für digitale Kompetenzen, dass der durchaus eine brauchbare Orientierung für so ein Anforderungsprofil laufend liefern kann. Der definiert fünf Bereiche, die für die Beschreibung von digitaler Kompetenz relevant sind. Sowas wie Datenverarbeitung letztendlich überhaupt bin ich in dieser digitalen Wehr zu Hause. Kommunikation, Kollaboration, das ist sicherlich für viele Menschen auch relevant, die als Führungskräfte arbeiten, die vielleicht gar nicht in irgendeiner Produktentwicklung oder sonst was damit zu tun haben. Erstellung von Inhalten, Programmieren. Python ist jetzt wirklich, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit, da kommen wir nicht drum rum. Und dann noch Sicherheit und als fünftes Problemlösung. Und ich glaube, gerade auch bei diesen Sicherheit, Ethik, da würde ich schon, das war ja deine Frage, auch einen normativen Aspekt sehen. Also zum einen, was können die Leute wirklich gebrauchen, damit sie einen Nutzen erleben? Und zum anderen aber natürlich auch, was sind von der organisatorischen Seite her Must-Haves, die wir auch vermitteln müssen? Stefanie, wie gut kommt es denn sozusagen bei euch im Unternehmen an? Ist es direkt, haben alle gesagt, ja, endlich, wir wollen in KI weitergebildet werden? Oder musstet ihr tatsächlich eben auch in Richtung Mindset und Veränderungsbereitschaft erstmal was tun? Und wie habt ihr denn die Bedarfe dann eben auch analysiert? Wer was wo am besten jetzt mal lernen sollte? Das waren jetzt mehrere Fragen. Also meine Arbeit hat sich tatsächlich sehr verändert. Ich mache jetzt seit drei Jahren das Thema. Und in den ersten zwei Jahren habe ich sehr stark dieses Mindset-Thema machen müssen, habe sehr viel Kommunikation gemacht, die Leute davon überzeugt, dass das wichtig ist. Und dann kam ChatGPT. Und auf einmal kamen die Leute zu mir. Da hat sich tatsächlich dann sehr stark auch diese Haltung intern auch nochmal gewandelt. Dann hatten die Leute, auf einmal haben sie die Farben gesehen, von denen ich die ganze Zeit gesprochen habe. Die haben auf einmal sich vorstellen können, was geht denn da überhaupt mit KI? Und dann waren sie halt auch total interessiert, da auch mehr zu machen. Und insofern haben wir da glaube ich gerade ein großartiges Momentum, was das Thema angeht. Also wir haben auch direkt nach dem Launcher und ChatGPT interne Trainings angeboten für das Tool, bevor wir dann unser eigenes hatten, um einfach auch da so ein bisschen Guardrails zu geben, dass die Leute da sich bewusst sind, was sie da für Daten reingeben und was das bedeutet, wenn so ein Modell auch von dem Human Feedback lernt und so weiter. Also wir haben das direkt als Anstoß genommen, um einfach auch ein bisschen Verständnis für das ganze Thema zu generieren. Haben da sehr positives Feedback. Wir evaluieren das auf unterschiedlichste Art und Weise, aber wir haben jetzt gerade auch so eine AI-Readiness-Survey gemacht im Unternehmen und haben die Mitarbeiter gefragt, wie sie sich denn selbst einschätzen würden. Das ist natürlich nur eine reine Selbsteinschätzung, aber ist für uns natürlich auch schon mal interessant gewesen. Und die gute Nachricht ist, also dass der Großteil der Mitarbeiter, also 82 Prozent der Mitarbeiter, die das ausgefüllt haben, freuen sich richtig auf KI und freuen sich auf diesen Wandel, der damit kommt. Wenn man die Führungskräfte anguckt, dann sind die Prozentzahlen sogar noch höher. Also die Leute sind wirklich excited. 40 Prozent sagen auch schon, sie haben die bestehen, haben schon die ersten Skills aufgebaut. Aber tatsächlich ist da der Wunsch, sich in dem Bereich weiterzuentwickeln und mehr zu lernen, ist sehr, sehr groß. Und was sehr dankbar aufgenommen wird, ist, dass wir tatsächlich eine Kuratierung von Trainings zur Verfügung stellen und dass wir den Leuten eine Übersicht geben, was macht denn Sinn und was macht auch in unserem Unternehmenskontext Sinn und was bedeutet zum Beispiel die Digital Ethics für uns bei Merck. Wir haben bei uns einen Code of Digital Ethics und wir haben auch einen Digital Ethics Advisory Panel. Wir haben Prozesse im Unternehmen, wie man über solche Themen sprechen kann und wo man sich Hilfe holen kann, wenn man irgendwelche ethischen Fragestellungen hat und so weiter. Und das interessiert die Leute schon sehr. Entschuldigung, ich fand das so spannend, was die Steffi gesagt hat und wollte es vielleicht ganz kurz ergänzen oder bestätigen nochmal, dass das ja auch aus der Theorie komplett passt. Es gibt ja auch Technologie-Akzeptanz-Modelle, die einfach überlegen, wann wird denn Technologie überhaupt akzeptiert. Dass irgendeine Technologie verfügbar ist, heißt nicht, dass sie genutzt wird. Das ist ja eine völlig absurde Vorstellung. Und ich fand das so toll, Steffi, dass du gesagt hast, ja, als der Chat da war, da haben die Leute das nämlich erlebt und die wesentlichen Komponenten der Einstellung zur Technologie, da gibt es zwei Hauptfaktoren, die die Einstellung beeinflussen. Das ist die wahrgenommene Nützlichkeit und die wahrgenommene Benutzerfreundlichkeit. Und ChatGPT überzeugt natürlich gerade in dieser Hinsicht total und deswegen kann ich das total gut nachvollziehen, dass du sagst, dass das so ein Change auch herbeigeführt hat. Von daher glaube ich, dass das ganz wichtig ist. Es geht um die Einstellung, das wurde ganz oft so als Mindset bezeichnet und diese Einstellung wird eben durch diese Faktoren beeinflusst und die bilden dann die Verhaltensabsicht und aus der Verhaltensabsicht das tatsächliche Verhalten. Und jetzt würde ich aber ganz gerne noch ein bisschen aus, weil ich auch mit anderen Unternehmen zu tun habe und auch ein bisschen mit dem öffentlichen Dienst zu tun habe und deswegen würde ich jetzt vielleicht ganz klein bisschen Wasser in den Wein kippen und diese Euphorie, die wir jetzt hier verbreiten, etwas bremsen. Ich kenne sehr viele Organisationen, die die Nutzung von ChatGPT und Co. verbieten. Und ich glaube, wir sollten jetzt nicht so tun, als lebten wir hier auf so einer Insel der Glückseligen und da ist das alles toll. Und das ist, glaube ich, etwas, wo auch viele eine Diskrepanz erleben jetzt zwischen ihrem tatsächlichen Alltag, der vielleicht nicht bei Merck und anderen Unternehmen ist, sondern wo das Unternehmen als so eine Art Freilichtmuseum empfunden wird. Also man nutzt im wirklichen Alltag, nutzt man diese Technik und in dem Unternehmen ist sie verboten. Und dann macht dieses Unternehmen aber eine Schulung und gleichzeitig restringiert es aber die Nutzung. Und das sind Dinge, die, glaube ich, im wirklichen Leben dazu führen, dass die Technologieakzeptanz absinken kann. Wie schwierig war das denn bei euch, Stefanie, zu sagen, wir geben jetzt ChatGPT im Unternehmen frei? Also da gab es ja nichts freizugeben oder nicht freizugeben. Das Thema ist ja, man muss es aktiv blockieren, wenn man das nicht haben will. Aber was bringt es einem, ChatGPT zu blockieren? Denn man muss ja nur mal einmal auf there's an AI for that.com gehen und sehen, wie viele hunderte, tausende von AI-Anwendungen es gibt. Und da gab es ja jetzt auch gerade kürzlich eine Studie von LinkedIn und Microsoft, die aufgezeigt hat, dass Bring Your Own AI der absolute Arbeitstrend momentan ist. Die Leute bringen ihre AI-Tools mit, wenn das Unternehmen ihnen nichts zur Verfügung stellt. Und ich glaube, da ist es wirklich, da geht es um dieses Mindset, das Verständnis dafür, was bedeutet es, wann ist, was ist Confidential Data, was ist Internal Data, was ist Public Data, was kann ich denn in so ein Tool reingeben und was sollte ich da bitte nicht reingeben? Das war eben das, was bei uns in der ersten Phase das Allerwichtigste war, um den Mitarbeitern einfach auch dieses Grundverständnis dann zu geben. Also wir sind ja ein Technologie- und Wissenschaftsunternehmen. Das heißt, wir haben da Leute, die sind total neugierig. Das sind Wissenschaftler, die probieren gerne Sachen aus. Die würden sich niemals davon abschrecken lassen, dass wir jetzt hier eine URL blocken, dann machen die das eben auf andere Wege. Also deswegen war es uns total wichtig, dass wir dieses Verständnis wirklich aufbauen. Und deswegen ist die Datenkultur für uns eben auch so ein sehr wichtiges Thema. Und Datenkultur ist ja ein Skillset und das ist ein Mindset. Das ist sehr ineinander verwoben. Jetzt sind da eben schon sehr viele wichtige Begriffe gefallen und ihr habt auch schon beides so skizziert, was aus eurer Sicht wichtig ist, um KI sinnvoll und effizient zu schulen. Und es gibt bei uns eine Kategorie, die heißt ganz konkret und gibt uns immer die Möglichkeit, noch ein bisschen tiefer zu bohren. Das heißt, manches mag sich vielleicht wiederholen, aber ich würde da gerne noch ein bisschen tiefer rein. Und zwar würde ich bei dir ansetzen, Martin, du hast jetzt schon so Kategorien genannt, wie Technologieverständnis wird verbessert, wenn es nutzerfreundlich ist, wenn es nützlich erscheint und wenn eben das Unternehmen auch die Möglichkeiten gibt, es wirklich zu nutzen. Gibt es aus deiner Sicht noch konkrete Schritte, was Unternehmen tun können, damit Mitarbeitende eben diese Veränderungsbereitschaft auch mitbringen und gerne mit dieser neuen Technologie arbeiten? Also ich glaube, die Bereitschaft, es ist ja wirklich diese zwei Dinge, die wir jetzt auch deutlich rausgearbeitet haben. Wir haben die Soft Skills, dieses Mindset als Voraussetzung für den Erwerb von Hard Skills, von irgendwelchen Fertigkeiten. Und so ein bisschen ähnlich, es gibt in der Intelligenzforschung, gibt es so eine Investmenttheorie der Intelligenz von Kartell und Horn. Da ist einfach die Idee, wir investieren unsere Soft Skills und erhalten als Belohnung, als Invest, deswegen heißt das Investmenttheorie, das Wissen oder die Fähigkeiten. Und ich glaube, dass am Anfang der Digitalisierung gar nicht die Fähigkeit steht, die Skills stehen, sondern wirklich die Motivation. Und die kommt woher? Ja, die Motivation kommt dann, wenn wir einen Sinn in den Dingen erkennen. Also das ist, glaube ich, das Wesentliche, dass wir feststellen, dass das, was da kommt, wofür ich mir Mühe geben soll, dass das einen Nutzen hat, dass das vorteilhaft ist. Und daher muss das kommen. Es gibt jetzt natürlich auch auf Personenebene so etwas wie Veränderungsbereitschaft. Also man muss wirklich hier sehr differenziert rangehen. Wir haben einerseits auf Seiten der Person so ein grundsätzliches Erleben und Verhalten gegenüber anstehenden Veränderungen. In der Psychologie sprechen wir da von dispositionalen Veränderungsbereitschaft. Es geht also nicht um das Commitment gegenüber einer ganz konkreten Technologie im Einzelfall, sondern um die Tendenz in verschiedenen Situationen hinweg auf Veränderungen zu reagieren. Und ja, es gibt bei diesen Persönlichkeitsmerkmalen, wie bei allen Persönlichkeitsmerkmalen, interindividuelle Unterschiede. Aber ob ich dies jetzt beeinflussen kann, die Veränderungsbereitschaft bei einer einzelnen Person? Ja, da ist die Antwort, das kann ich, aber es ist ein Ja, aber es kostet unheimlich viel Aufwand und es hat relativ kleine Effekte. Und auf der anderen Seite haben wir die Situation, das sind die Kontextfaktoren. Und da ist schlicht und einfach die Frage, wenn das was nach, wo die Veränderung ansteht, wenn die Mitarbeitenden den Eindruck haben, das ist schlechter oder zumindest nicht besser als das, was wir vorher hatten, dann ist das ja nicht ein Problem der Person, sondern auch der Situation. Und hier, glaube ich, muss die Organisation ansetzen und das als ein ganz normales Veränderungsprojekt betrachten, als ein ganz normales Change-Management-Projekt, wo ich all die ganzen Dinge brauche, die wir doch eigentlich kennen, Kommunikation, partizipativ, kollektive Beteiligung, Zielvereinbarung, wo ich auch die Ziele mitbestimmen kann. Und das ist, glaube ich, etwas, was notwendig ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass es mich ein bisschen mit Unbehagen bereitet, dass hier in vielen Fällen offensichtlich die Verantwortlichen, die Hausaufgaben für diese Change-Projekte nicht gemacht haben und nun den schwarzen Peter, den Mitarbeitenden zuschieben, die haben ja keine Veränderungsbereitschaft und die Personalabteilung, die soll jetzt mal ihre Mitarbeitenden auf Linie bringen. Das kann nicht sein. Das kann wirklich nicht sein. Genau, Steffi, ich habe dich, das sehen unsere HörerInnen ja nicht, ich habe dich mehrfach nicken sehen und gehe davon aus, dass du das alles teilst, was der Martin gerade gesagt hat. Und du hast uns ja auch schon gezeigt, was ihr so alles unternommen habt. Erstmal eben breitflächig zu informieren, dann auszuprobieren und dann neue Projekte eben aufzusetzen, diese kollektive Plattform. Kannst du uns da nochmal konkreter Einblick geben, wie das jetzt eben abläuft, wenn ich Mitarbeiter Müller bin und ich merke, ah, ich würde mich gern weiterbilden, weil ich schon auch sehe, dass das für mich einen Nutzen hätte, dass ich manche Dinge vielleicht einfacher machen kann mithilfe von KI. Wie gehe ich denn dann vor? Also wende ich mich an meine Führungskraft und frage, ob ich die Weiterbildung XY machen darf? Gucke ich erstmal auf einer Plattform, entweder auf dieser kollektiven Plattform, wo andere ihre Erfahrungen teilen oder auf einer anderen Plattform, wo die ganzen Schulungen bereitstehen? Also wie ist quasi auch euer Workflow und euer inneres Ökosystem dabei? Ja, es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten und ich fand das total toll, was Martin gesagt hat. Deswegen habe ich so genickt, weil wir, also ich arbeite, ich habe mir so im Kopf ein Gedankenmodell gemacht, das heißt, wir müssen, we need to win the head, the heart, the heart, sage ich immer. Wir müssen den Kopf gewinnen, die Herzen und die Herde und so versuchen wir eben auch unsere komplette, ich nenne es den Data Culture Battle Plan aufzubauen. Das heißt, wir haben Trainings, die jeder machen kann. Das heißt, wenn man zu seinem Vorgesetzten geht, dann hat der, idealerweise weiß der auch, wo diese Trainings zur Verfügung stehen. Also wir haben ein internes Trainingstool, wo man das finden würde. Wenn man ganz arg Glück hat, dann hat der Vorgesetzte sogar auch ein Training gemacht. Wir haben ja nämlich auch Trainings speziell für die Führungskräfte. Das heißt, das ist auf der einen Seite die Trainings. Wir haben aber auch sehr viele Sachen, um die Herzen zu gewinnen. Das, was Martin vorhin sagte, dass die Leute das auch den Mehrwert für sich erkennen, dass man halt so ein bisschen auch spielerisch und auf eine vielleicht ganz andere Art und Weise das erkennt. Da haben wir zum Beispiel solche Dinge wie ein Data Escape Room Game, wo man virtuell in einen Raum gesperrt wird, aus dem man nur rauskommt, wenn man sich mal ein bisschen Gedanken über Datenqualität gemacht hat und mal Daten ein bisschen geordnet hat und dann die Lösungen gefunden hat, um da dann wieder rauszukommen. Und das kann man als Team Event spielen, als virtuelles Team Event oder auch kürzere Spiele. Da haben wir zum Beispiel so eine Can You Prompt This Challenge, wo man ein Bild hat und man muss versuchen, genau dieses Bild nachzuprompten. Das ist ein Fünf-Minuten-Spiel, was man einfach am Anfang von einem Team-Meeting machen kann, was zum Beispiel auch den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt wird und den Vorgesetzten oder auch ein Data Quality Game. Also wir haben da viele solche Sachen, um eben auch die Herzen der Leute zu erobern und eben auch solche Sachen wie interne Podcasts und Sessions, wo die Leute einfach angesprochen werden. Und das Dritte, was wir eben haben, ist auch das Thema Community. Wir haben verschiedene Communities, auch für verschiedene Flughöhen, wo man dann als Mitarbeiter Teil werden kann und eben monatliche Sessions hat zu bestimmten Themen oder auch als Führungskraft gibt es spezielle Communities oder vielleicht auch für bestimmte Themen, wie zum Beispiel Text Analytics oder Knowledge Graphs oder was auch immer. Es gibt unterschiedliche Communities und so kann man einfach auch mit uns längerfristig in Kontakt bleiben. Das heißt, wenn ich jetzt so ein Vorgesetzter wäre von einem Mitarbeiter mit dem Mitarbeitergespräch, dann haben wir übrigens auch Guidelines für die Manager, dass sie da auch tatsächlich in der Lage sind, anhand dessen die Development Pläne auszufüllen und da bestimmte Sachen zu setzen. Wir haben auch zum Beispiel Mentoring und solche Sachen wie Growth Assignments für diese Themen aufgesetzt. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden bei uns. Und wie haltet ihr sozusagen das System ein Stück weit am Laufen? Du hast eben gesagt, in Mitarbeitengesprächen kann man das natürlich klären, welche Kompetenzen sollen da geschult werden oder was soll geschult werden? Aber ein Stück weit könnte man sich ja auch vorstellen, nach dem ersten Ausprobieren mit JetGPT lässt vielleicht das Interesse so ein bisschen nach. Wie haltet ihr da die Mitarbeitenden so an der Stange, dass sie sagen, ja, sie wollen da noch mehr wissen, sie gehen da noch tiefer rein, damit da das Engagement nicht auf die Dauer vielleicht flöten geht? Also zunächst mal ging es darum, den Leuten das zur Verfügung zu stellen. Es geht aber ja nicht darum, AI zu nutzen, nur um AI zu nutzen. Das ist ja für uns nicht zielführend, sondern die sollen das ja wirklich nutzen, wenn es ihnen was bringt. Und das können sie nur selber beurteilen. Das heißt, was wir dann tun, ist, dass wir zum Beispiel über die Use Cases sprechen. Was haben denn andere Leute damit gemacht? Beispiele geben, wie Leute sich dadurch einfach Zeit gespart haben oder bestimmte Dinge besser erreicht haben. Das ist zum Beispiel was, wo wir dann mit den Leuten in Kontakt sind. Aber tatsächlich sind wir gar nicht unbedingt so, dass wir denen so auf den Nerv gehen, glaube ich. Also dieses ganze Thema Verpflichtung und ihr müsst das jetzt machen, das schwingt bei uns gar nicht mit. Wir machen eher, bei uns ist es eher so, hey, das ist ein Spaß. Komm mit bei uns. Unsere Themen machen immer Spaß. Unsere Veranstaltungen, da gehen die Leute gerne hin, weil sie es einfach immer unterhaltsam finden. Wir haben immer einen Storytelling-Ansatz. Das ist ganz anders gemacht als andere Lernangebote. Das ist frischer. Ja, die Leute haben Lust drauf eigentlich. Das finde ich der perfekte Fit jetzt zwischen Theorie und Praxis, weil das in der Theorie heißt, ist das das erste Lerngesetz von Zorndeik, dass alles lernen motiviert sein muss. Das, was hier gerade rausklangt, das muss einfach Spaß machen. Und ich fand das auch toll, dass das auch kollaborativ. Fand ich auch schön, dass man in diesem Gruppenevent vielleicht am Anfang so ein Prompting machen kann. Dein Beispiel, Steffi, fand ich auch toll. Weil das ist auch wichtig, glaube ich, dass man alles kombiniert, Online und Präsenz im Blended Learning Konzepten hat. Und dass eben auch die Menschen nicht nur noch alleine vor irgendwelchen Online-Tools sitzen und was ausprobieren, sondern auch sie auch im Sinne von Mentoring und Coaching Personen zur Unterstützung zur Seite gestellt werden. Und das finde ich übrigens auch ganz spannend. Das weiß ich nicht, ob das bei euch auch so ist, Steffi. Das klingt schon so, als hättet ihr da, du sagtest ja auch, das sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, als hättet ihr da alles hochkompetente Leute. Es gibt ja auch viele Organisationen, wo vielleicht Menschen sind, die ein bisschen extremer weit weg sind von digitalen Welten. Manchmal auch Generationssachen. Und hier finde ich das eigentlich auch total toll, dass bei digitalen Kompetenzen vielleicht ja auch junge Mitarbeitende, die Expertinnen und Experten für die Senioren und vielleicht, wenn es ein hierarchisches Unternehmen ist, für die hierarchisch höher gestellten Kolleginnen und Kollegen sein könnten. Das tut ja auch der Organisation total gut. Und schön fand ich auch, das ist ja dieses Mikro-Learning, wenn ich jetzt einfach nur, du hast alles so toll beschreiben und ich versuche jetzt noch irgendeine Rolle zu kriegen und versuche dann noch die Fachbegriffe reinzubringen. Dieses Mikro-Learning mit so ganz kleine, verdauliche Lernhappen, das muss nicht immer das große Programm sein, sondern es kann mal ein kleines Tool sein, das mir zeigt, wie kriege ich denn das blöde Piepen bei Online-Konferenzen, wenn Leute rein und raus gehen raus, weil das alle nervt oder sonst was. E-Learning-Plattformen. Also ich finde, das war ein unheimlich toller Ritt durch die unterschiedlichen Formen der Weiterbildung, die es hier auch braucht. Ja, eine Sache, die du gerade angesprochen hast, möchte ich auch nochmal erwähnen, weil du sagtest gerade, nicht jeder braucht die gleiche Art von Training. Das haben wir auch gemacht. Wir haben tatsächlich in unserem Battle Plan, von dem ich vorhin gesprochen habe, haben wir unsere Zielgruppen sehr genau eingeteilt. Natürlich gibt es Leute, die wir eher als Knowledge Worker bezeichnen würden, aber es gibt zum Beispiel auch die Zielgruppe bei uns, wir nennen das Physical Operations. Das sind die Leute, die im Lab arbeiten oder eben auch in der Produktion, die eigentlich mit der Datenanalyse eher nichts zu tun haben, aber ein unfassbar wichtiger Baustein sind in der ersten Meile der Datenerstellung. Und die Daten werden oftmals aus Versehen als Beiprodukt von irgendeinem Prozessschritt oder so erstellt. Dass die aber trotzdem einen Wert haben und in guter Qualität da sein müssen, das ist halt für die Leute gar nicht unbedingt so sichtbar, weil sie dieses große Bild nicht sehen. Und da geht es, für die Leute geht es einfach darum, dann zu verstehen, was ist der Zusammenhang? Also wenn ich mein Päckchen am Ende der Line nicht einscanne, was bedeutet das? Das bedeutet, der Kunde weiß nicht, wann das bei mir ankommt und bei ihm ankommt. Und solche Zusammenhänge sind dann zum Beispiel ein ganz anderes Training und auch eine ganz andere Art zu trainieren. Da haben wir solche Kids gemacht, wo wir das dann mit den Meistern, dass die dann da so ein Team-Meeting machen können, wo sie dann so am Ende so eine Datenqualitätskarte sich machen können und sich so auf ein paar Themen auch im Team einigen können und das dann unterschreiben können. Das ist dann ein ganz anderes Training als jetzt so ein E-Learning für so ein Chat-GPT-Tool. Und damit führst du uns eigentlich schon zu unserer letzten Frageneinheit sozusagen, weil nämlich mit Blick auf die Uhr haben wir gar nicht mehr so viel Zeit, um nicht schon wieder Überlänge in unserem Podcast zu produzieren, aber es spricht eigentlich auch für unsere Gäste, weil wir hätten bestimmt noch tausend Fragen, aber wir müssen uns einfach wieder zügeln. Und zwar hast du ja jetzt eben auch gezeigt, dass es unterschiedliche Entwicklungsbedarfe gibt und auch Bedürfnisse, je nachdem, welche Arbeit man eben macht. Und unsere weiterführende Frage wäre jetzt eben, was mit KI auch möglich ist. Nutzt ihr KI dann auch darüber hinaus für zum Beispiel People Analytics, um Entwicklungspotenziale zu analysieren und dann auch zu dokumentieren, um eben die Weiterbildung von einzelnen Mitarbeitenden irgendwie klarer zu haben? Also geht es auch in diese Richtung? Denn das sind ja dann wieder Seiten, die auch oft mit Angst besetzt sind bei vielen. Ja, das tun wir auch. Da möchte ich zunächst mal eine Sache erwähnen, von der ich weiß, dass die Martin selber sehr wichtig ist, nämlich das Thema Datenqualität. Um das tun zu können, braucht man natürlich erstmal ein ordentliches Datenset überhaupt im Unternehmen. Und das war tatsächlich was, da muss ich sagen, haben meine HR-Kollegen einen großartigen Job gemacht, sich erstmal anzugucken, welche Governance brauchen wir für unsere HR-Daten? Welche Daten wollen wir denn überhaupt für solche Analysen zur Verfügung stellen? Was sind unsere Guardrails, mit denen wir das machen wollen? Und haben da auf unheimlich großartige Weise einen guten Weg gefunden für Sharing und Caring. Also auf der einen Seite anonymisiert Daten auch gut zur Verfügung zu stellen, dass man viele Insights einfach auch kriegen kann, ohne dass man da große bürokratische Hürden hat. Aber auf der anderen Seite auch viel an die Hand gegeben, auf was man achten muss, wenn man dann eben tiefergehende und vielleicht sogar persönliche Daten von Leuten angucken möchte. Wir nutzen das tatsächlich auch zur Strategic Workforce Planning, zum Beispiel um zu schauen, ob wir gerade in die richtige Richtung gehen mit unseren Diversity-Zielen. Wir schauen auch solche Dinge an wie Flight Risk, dass wir da Analysen fahren. Da machen wir einiges. Was wir gerade, wo wir gerade dran sind, ist, dass wir so ein Skilled-Ekosystem auch aufbauen wollen, wo wir Development, Trainings, Mentoring, Growth Assignments, alles auf einer Plattform haben, die eben auch intelligent ist und auch in der Lage ist, sowohl den Mitarbeitern selber als auch den Führungskräften da eine Unterstützung zu geben, um eben so ein Development auch anhand von Daten ein bisschen besser zu orchestrieren einfach. Ich glaube, wir sind da schon auf einem sehr guten Weg. Dann würde ich noch eine letzte Frage an Martin richten. Die Steffi hat ja quasi schon vorweggenommen. Sie geht davon aus, dir ist es besonders wichtig, dass da auch ordentliche, gute Daten benutzt werden. Was ist denn so dein Ausblick in die Zukunft? Also werden uns diese People Analytics weiterbringen? Sollten wir das auch weiter vorantreiben oder würdest du und oder würdest du ein Achtungszeichen trotzdem setzen wollen? Ich glaube tatsächlich, das und oder trifft es. Also die Learning Analytics, finde ich, ist so wirklich Utopie und Dystopie. Also das basiert halt eben, wie Steffi gerade auch sagt, es basiert auf Daten. Es geht darum, die Lernschritte an das individuelle Profil von den Lernenden anzupassen auf der Grundlage von Daten. Denn wenn das System Lernenden zentriert arbeiten will, bedarf es ja Informationen zu den Lernenden, also Informationen zur Bildungsbiografie, zu den Zielen, zu den Kompetenzen, zu der Persönlichkeit, aber eben auch zu allen dem, was es im Alltag tut. Also der digitale Fußabdruck, der könnte natürlich perfekt genutzt werden, um mich in meinem Lernen zu unterstützen. Und gleichzeitig können solche Daten natürlich auch höchstgradig missbraucht werden, weil das ist jetzt wirklich etwas, was sehr an die Persönlichkeit geht. Und ich glaube, hier eine Variante zu finden, die die Risiken im Zaun hält oder gar nicht aufkommen lässt und gleichzeitig eben die Potenziale hebt, das ist toll. Und das wird nicht alleine gehen, das will ich nochmal sagen, das geht eben nur kollaborativ mit den Menschen, die das betrifft. Da geht es um informierte Zustimmung, da geht es um die Möglichkeit, jederzeit auch das beenden zu können. Da geht es um Transparenz, was mit den Daten passiert. Es geht hier also, und das finde ich so wichtig, es geht in so vielen Sachen um das, was wir eigentlich alle toll können, nämlich Personal. Aber was ich erlebe ist, dass bei diesen digitalen Dingen ganz häufig dann irgendwelche Leute, die nur gut in Data Science sind, das machen. Nur gut meine ich überhaupt nicht despektierlich. Ganz großer Respekt, wir brauchen die Data Science Leute, wir brauchen die Programmiererinnen und Programmierer. Und das sind ganz, ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, aber die können das nicht alleine machen. Personal ist etwas, da braucht man die Kombination aus Know-how im Digitalen und die Know-how im Umgang mit Menschen und in der Verantwortung für Menschen. Und ich glaube, so kann das dann was werden. Das ist doch ein super Schlusswort, aber wir machen noch ein Abschlussstatement. Das ist immer die Schlusschallenge für uns. Wir haben noch eine Abschlussfrage, die nochmal das ganze Thema ein Stück weit zusammenfasst. Und die Herausforderung für euch ist, dass ihr die auch nur in zwei bis drei Sätzen beantworten dürft. Ich würde jetzt dir zuerst, Stefanie, die Frage stellen. Martin kann sich dann gleich anschließen, ist die gleiche Frage. Was müssen Mitarbeitende denn nun am besten als erstes zum Thema KI lernen? Als erstes steht für mich immer das Thema Data Literacy. Das ist tatsächlich für mich die absolute Grundlage für jegliche AI Literacy. Dass Daten die Basis für KI sind und das Verständnis, wie das zusammenspielt, ist für mich das Wichtigste, was die Leute wissen müssen. Ich glaube auch, verstehen, was KI ist. Vielleicht etwas weitergehen, auch Unterschiede zwischen starker und schwacher KI und welche Risiken und welche Chancen damit verbunden sind. Wunderbar, vielen Dank. Dann bleibt uns ja nur noch zu sagen, euch einen schönen Tag noch. Ihr könnt gedanklich jetzt noch mit uns weiterfeiern an Julias Geburtstag. Wirklich vielen Dank, waren tolle spannende Einblicke, die ihr uns da gegeben habt, ganz konkret. Schön, danke schön. Danke. Ja, vielen Dank. Mir hat es auch total viel Spaß gemacht. Und das klingt wirklich toll, Steffi, was ihr da macht. Danke. KI in der Weiterbildung wird uns natürlich auch weiterhin beschäftigen. Einerseits so, wie wir es heute gehört haben, wie wir eigentlich die Mitarbeitenden dahingehend weiterbilden können, dass sie künstliche Intelligenz anwenden können. Und natürlich auch, wie wir KI selbst für die Personalentwicklung einsetzen können. Da suchen wir weiter Beispiele, hatten auch schon einige, auch in unserer Zeitschrift Neues Lernen. Aber wer noch eine Idee hat, gerne schreiben, wir nehmen auch gerne noch andere Praxisbeispiele auf. Insofern, ja, meldet euch. Also mit Kopf, Herz und Herde hatten wir auf jeden Fall schon ein tolles Beispiel und eine tolle Zusammenfassung. Vielleicht finden wir noch weitere, so schöne Einprägsame. Das fand ich tatsächlich auch sehr einprägsam, weil es eben zeigt, man muss KI verstehen können. Man muss den Sinn dahinter sehen und erkennen, in welchen Fällen es eben auch einen Mehrwert für einen selbst und für die Arbeit hat. Und man muss auch die Masse dafür begeistern können, dass es eben auch breitflächig angewendet wird und seinen Sinn findet. Aber ich muss trotzdem sagen, die Geburtstagsüberraschung, die mich übrigens sehr gefreut hat und es ist wirklich so, liebe Hörerinnen und Hörer, ich wusste gar nichts davon. Ich habe die Severin, die reinkam, auch wieder rausgeschickt, weil ich dachte, sie stört unseren Podcast. Aber das hat mir jedenfalls gezeigt, dass diese analoge Begegnung doch noch einen größeren Mehrwert hat und es war wirklich sehr schön. Ja, und dazu passend, weil wir ja auch schon am Einstieg darüber gesprochen haben, dass ja auch eine KI unseren Podcast moderieren könnte, habe ich gefragt, wie sinnvoll JetGPT das denn findet, wenn Menschen Podcasts moderieren oder ob das nicht lieber eine KI übernehmen sollte. Sehr spannende Frage und was kam als Antwort? Ja, jetzt bist du gespannt, ob du noch weitermachen kannst. So, JetGPT hat gesagt, in den meisten Fällen ist eine Kombination aus beidem sinnvoll. Menschen moderieren, während KI unterstützende Aufgaben wie Recherche, Transkription oder sogar Co-Moderation übernimmt. Dies kann die Stärken beider Seiten optimal nutzen. Ja, das ist doch auch meistens die Devise, oder? Man muss es einfach kombinieren und aus beiden Seiten das Beste rausholen, wobei ich jetzt bei dieser Co-Moderation unser Shared Leadership wanken sehe. Das fände ich ein bisschen schade. Keine Angst, nächstes Jahr suchen wir uns eine neue Geburtstagsüberwachung. Dann würde ich sagen, wir kommen jetzt zu unserer Checkout-Frage. Passenderweise lautet die heute, wir brauchen mehr Veränderung, Stabilität oder Kekse. Was meinst du? Naja, also meine Antwort ist, glaube ich, ziemlich klar. Kekse und die stehen, oder sind wir ehrlich, wir nehmen ja diese An- und Abmoderation wieder etwas zeitverzögert auf. Also ich hatte schon vor etwas längerer Zeit Geburtstag, aber da standen wahnsinnig viele Kekse vor mir. Und insofern bin ich dafür. Und ich übernehme dann die anderen beiden Veränderungen und Stabilität. So wie es das Leben gehört. Nein, wir haben ja neulich auch ein Gastkommentar, ein neues Lernen gehabt, von André Häusling, von den HR Pioneers. Ihres Zeichens ja auch die Veranstalter der Agile HR-Konferenz, die natürlich eigentlich immer für Veränderung stehen. Aber er hat gesagt, die Menschen wünschen sich derzeit mehr Stabilität und man kann es auch total gut nachvollziehen bei allem, was rundherum gerade an Krisen und so weiter passiert. Versuchen die Menschen irgendwo ein Stück mehr Stabilität wieder reinzukriegen. Und gleichzeitig sagt er, man muss da jetzt irgendwie so eine Balance finden. Und ich finde, das passt irgendwie heute auch ganz gut dazu. Die künstliche Intelligenz, die verändert ziemlich viel gerade. Und man muss dann irgendwie sich so ein bisschen da den Weg finden, wie man eben zum Beispiel dann noch einen Podcast macht und sich dann gleichzeitig von JetGPT noch ein bisschen dabei unterstützen lässt. Und da passt auch dazu, was eigentlich beide im Gespräch betont haben, dass es auch eben passende und individuelle Angebote sein müssen. Das heißt, nicht alle Mitarbeitenden brauchen in selben Maß eine Schulung für KI oder haben eben auch andere Fragen, was KI angeht. Und ich finde, das passt auch sehr gut zu dieser Abschlussfrage eben auch, was du gemeint hast, dass es eine Balance sein muss aus beidem und man nicht einfach die Leute überrollt damit. Ja, aber ich finde es schön, dass ich dich offenbar mit Keksen zu allem motivieren kann. Das ist ja nichts Neues. Ja, dann bleibt uns nur zu sagen, wenn ihr aktuell auf dem Laufenden bleiben wollt bis zu unserem nächsten Podcast, dann besucht uns doch auf neues-lernen.org oder auf unserem LinkedIn-Account. Und natürlich sind wir auch gerade fleißig dabei, die nächste Ausgabe von unserer Zeitschrift Neues Lernen zu produzieren, sodass ihr dann ab Ende September auch da wieder was Neues in Händen halten könnt. Und wenn ihr tatsächlich unseren Podcast hört mit Veröffentlichung am Dienstagmorgen, dann werdet ihr uns auch auf der ZP Europe sehen. In Köln, genau. Bis dahin. Ganz analog. Ja, genau. Mach's gut. Tschüss. Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht mit Christina Enderle, Da-Silva und Julia Senner. Das ist ja alles. Untertitelung des ZDF für funk, 2017